Starthilfekabel sind unverzichtbar für jeden Fahrzeugbesitzer, um bei einer entladenen Autobatterie schnell und effektiv helfen zu können. In diesem Video wollen wir uns deshalb einmal die 5 besten Autostarthilfekabel von 5 verschiedenen Herstellern und auch Preisklassen anschauen. Ihr werdet hier auf jeden Fall das passende Modell für euch und eure Ansprüche finden, also bleibt bis zum Schluss dran und schaut nach dem Video auch gerne mal unten in der Videobeschreibung vorbei. Dort haben wir alle Modelle nämlich für weitere Infos oder um sie direkt zu bestellen verlinkt. Lasst uns jetzt aber gleich mit dem ersten Modell aus der Einsteigerklasse starten. Vorstellen möchten wir euch hier die Starthilfe Powerbank 3000A von Carhev. Die Carhev Starthilfe Powerbank ist ein leistungsstarkes Starthilfegerät, welches Autos mit bis zu 8 Liter Benzin und 8 Liter diese Motoren in Sekundenschnelle starten kann. Geeignet ist sie für 12 Volt Autos, Lastwagen, Motorräder, Boote, Yachten, Rasenmäher und so weiter. Hier handelt es sich um einen tragbaren mobilen Autostarter mit 24.000 mAh. Die mobile Starthilfe Batterie überzeugt zudem durch eine LED-Notfalllampe, eine 12 Volt Auto-Zubehörbuchse und ein USB-Anschluss, mit dem man sogar sein Smartphone laden kann. Zudem kann das Modell bei minus 20 bis sogar plus 60 Grad arbeiten und besitzt viele intelligente Sicherheitsvorrichtungen, die das Modell vor Fehlfunktionen wie Kurzschlüssen oder Funken schützen. Das IP65 zertifizierte Gehäusematerial verhindert, dass auch Regenwasser, Staub und äußere Stöße die innere Struktur des Geräts beschädigen. Damit hat das Modell ein wirklich perfektes Design, das auch noch durch ein LCD-Display abgerundet wird. Hier kann man den aktuellen Nutzungsstatus und die verbleibende Ladung dieses Kfz-Starthilfe-Geräts einsehen. Und zu all dem handelt es sich hier, wie gesagt, um das günstigste Modell im Vergleich. Wenn ihr euch noch weiter zu diesem Kfz-Starthilfe-Gerät aus der Einsteigerklasse informieren oder dieses Gerät sofort bestellen wollt, schaut jetzt gerne mal über den ersten Link in der Beschreibung nach. Aus der nächsten Preis- und Leistungsklasse möchten wir euch eines der absoluten Bestseller auf dem aktuellen Markt vorstellen, das Golo 4000A. Diese leistungsstarke Starthilfe-Powerbank ist für alle Benzinen und bis zu 10 Liter Dieselmotoren geeignet. Auch hier handelt es sich wieder um ein tragbares Modell, welches mit einem großen Akku ausgestattet ist. Die Powerbank, welche in etwa 5 Stunden an einer normalen Steckdose vollständig aufgeladen kann oder auch in etwa 5 Stunden an einem Auto-Zigarettenanzünderanschluss geladen wird, kann bis zu 4000A Spitzenleistung erzeugen und damit auch größere Autos und Motoren schnell starten. Ausgestattet ist das Modell mit zwei USB-Ladeausgängen und auch einem USB-Typ-C-Ladeanschluss, womit auch andere Geräte wie beispielsweise Smartphones, Tablets, Kameras oder GPS-Systeme aufgeladen werden können. Bei einer Pannenhilfe kann das Modell Autos in Sekundenschnelle starten, sodass man hier immer auf der sicheren Seite ist. Eine volle Ladung kann die meisten Fahrzeuge über 60 Mal aufladen bzw. starten. Verbaut sind bei diesem Modell auch zusätzlich sehr viele Sicherheitsfunktionen, die hier auch eine gute Laufzeit über viele Jahre gewährleisten. Und zu guter Letzt hat das Modell auch einen starken Lieferumfang. Abgesehen vom Gerät selbst, einem USB-Kabel und einem intelligenten Überbrückungskabel kommt das Modell auch noch mit einem Zigarettenanzünder-Adapter, einem Benutzerhandbuch und wird in einem starken Aufbewahrungskoffer geliefert. Zum Schluss erhält man hier beim Kauf auch noch eine 18 Monate Herstellergarantie und lebenslangen technischen Support zu dieser Starthilfe Powerbank. Alles weitere zum Modell könnt ihr nun über den zweiten Link in der Videobeschreibung erfahren. Bleibt jetzt aber auch gerne noch dran, denn drei Modelle möchten wir euch ja noch vorstellen. Aus der nächsten Preis- und Leistungsklasse, das mit Abstand am besten bewertetste Modell im Vergleich, es handelt sich um das Dino Kraftpaket 12V600A. Dieses Starthilfegerät kommt mit 600 Ampere und ist zum Starten aller Dieselmotoren bis 7,5 Liter Hubraum und Benzinmotoren bis 8 Liter geeignet. Auch tiefenentladene Fahrzeugbatterien können durch Betätigen der Boost-Funktion und abgesichert durch eine intelligente Schaltung mit der Starthilfe problemlos gestartet werden. Mit den Ausgängen zum Aufladen von Laptops, Mobiltelefonen, Notebooks, Navigationsgeräten, Smartphones und vielem mehr ist diese 18.000 mAh Starthilfe Powerbank auch für weitere Anwendungen geeignet. Überzeugen kann dieses kompakte Modell vor allem auch durch einen starken Lieferumfang. Es kommt mit unzähligen Adaptern und Anschlüssen, die hier auch alle in der Aufbewahrungstasche gelagert werden, sodass man sie dort immer gut im Griff hat. Damit ist man mit dem Kraftpaket KFZ-Startergerät für auch sämtliche sonstige Ladeanforderungen gewappnet. Mit 5 Ausgängen einer LED-Lampe, welche auch über 3 Funktionen, SOS, Flash und Dauerlicht verfügt und auch dem robusten Design kann man beim Dino-Kraftwerk nicht wirklich was falsch machen. Jedenfalls, wenn man Dieselmotoren bis 7,5 oder Benzinmotoren bis 8 Liter starten möchte. Kein Wunder, dass das Dino-Kraftpaket mit 4,7 von 5 Stimmen von den Kunden bewertet wurde, der wie gesagt beste Wert im Vergleich. Alles weitere zu diesem Starthilfe-Gerät über den dritten Link in der Videobeschreibung. Als nächstes möchten wir euch das JS500 von MaxTool vorstellen. Dieses besonders große KFZ-Starthilfe-Gerät überzeugt durch seine auch professionelle Nutzbarkeit. Es kommt mit einem großen unverwüstlichen Gehäuse mit praktischem Tragegriff, großer LED-Schwenklampe und auch einer LED-Ladeanzeige. Die professionellen Zangen und die speziell verstärkte Batterie machen das Modell wie gesagt auch für härteste Anforderungen wunderbar geeignet. Ausgerichtet ist das Modell für die Nutzung von bis zu 3000 Kubikzentimeter Benzin und 2008 Kubikzentimeter Dieselmotoren. Es hilft damit nicht nur zum Starten von klassischen Nutzfahrzeugen, Limousinen oder sogar Pickups, sondern kann auch bei Campern, Vans, Schnellbooten und teilweise auch Traktoren eingesetzt werden. Die praktische LED-Lampe beleuchtet dabei auch jederzeit den Arbeitsbereich, um gefährliche Kurzschlüsse im Dunkeln zu vermeiden. Es hat aber auch einen extra USB-Anschluss dabei, welcher zum Aufladen des Mobiltelefons oder iPads dienen kann. 2200 Ampere bringt dieses Modell mit, wie gesagt eine starke Leistung, die auch zum Starten größerer Fahrzeuge dient. Und wenn man ein so besonders großes und auch robustes Modell für sich braucht, dann kann man sich jetzt nun über den vierten Link in der Videobeschreibung noch genauer zu diesem Starthilfegerät informieren. Bleibt jetzt aber auch gerne noch dran, um als fünftes und letztes das absolut beliebteste Modell im Vergleich kennenzulernen. Mit Abstand am häufigsten bestellt wurde die Noco Boost GB70, eine 2000 Ampere 12 Volt Starthilfe Powerbank, welche zum Starten für bis zu 8 Liter Benzin und 6 Liter Dieselmotoren geeignet ist. Die große Powerbank kommt mit insgesamt drei verschiedenen Ladeausgängen, mit denen auch weitere Geräte mit Strom versorgt werden können, sowie einem 12 Volt 3 Ampere Eingang, welcher eine Schnellladefunktion besitzt. Innerhalb von nur drei Stunden ist die Powerbank damit komplett aufgeladen. Überzeugend tut das Modell zudem durch ein sehr smartes und hochwertiges Design. Das Gehäuse ist wasserfest und mit der Schutzart IP65 ausgestattet. Dieses gummierte, umspritzte Gehäuse verhindert auch ein Verkratzen oder Beschädigen der Powerbank, besitzt eine LED-Akkuladeanzeige an der Oberseite und ein helles 400 Lumen LED-Taschenlampenlicht an der Seite, womit man auch in dunklen Gegebenheiten immer alles erkennt. Zudem wird dieser Lithium-betriebene Starthilfe Power-Akku auch mit zwei Kabeln, zwei Adaptern und einer Transporttasche geliefert. Die Kunden heben an diesem Modell immer die zuverlässige Leistung und hohe Qualität hervor und können das Modell insgesamt absolut empfehlen. Es handelt sich nicht nur um das beliebteste Modell in diesem Vergleich, sondern auch um die beliebteste Starthilfe Powerbank vom Hersteller Noko, der unzählige Modelle auf dem Markt hat. Über den fünften Link in der Videobeschreibung könnt ihr euch weiter zu diesem Kfz-Starthilfe-Gerät informieren und wenn ihr etwas runterscrollt, auch noch weitere Modelle von Noko kennenlernen.